Viele Menschen reden nur mit vorgehaltener Hand über diese Organisation, denn es gibt sie wirklich, die Daumen runter Mafia. Noch besser organisiert als die Cosa Nostra handelt diese Gruppe tief im Untergrund des World Wide Webs und zieht von Video zu Video, um diese mit einem Daumen runter zu bewerten. Was diese Blitzmerker dabei aber vergessen ist, dass sie den betroffenen Videos so zu noch mehr Klicks verhelfen. Wieso sie das also tun, bleibt für die meisten Menschen unverständlich, so als würde man mir nach 10 Bier zuhören oder Till Schweiger. Um dieser kriminellen Organisation jetzt das Handwerk zu legen, haben sich die betroffenen Opfer zusammengefunden und selbst eine Gruppe gegründet. Da deren Treffen meist in einen Saufgelage enden, beschloss man kurzerhand die Gruppe schon wieder am Trinken zu nennen oder einfach nur kurz SWAT-Team. Wenn es ihnen dann gelingt, einem DR Mafiosi festzunehmen, geben sie diesen dann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Daumen runter.